Ja hallo liebe Unternehmerkollegen, ich bin Marco Wittmuch, Fotograf im Chapter 1000 Feuer in Gelsenkirchen und nachdem ich im BNI eingetreten bin, werde ich immer wieder gefragt, hör mal Marco, bringt das was für dich? Du fährst doch jeden Mittwoch dahin, ich habe gehört, du fährst auch noch zu Trainings und das kostet ja 1000 Euro Mitgliedsbeitrag und das nur für ein Jahr und rechnet sich das denn alles für dich? Kriegst du denn genügend Aufträge? Und dann sage ich so, okay, ja das sind jetzt viele Fragen, aber nicht alles was man dort an Vorteilen bekommt, kann man wirklich in Euros ausrechnen. Also ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei, bin auch Gründungsmitglied bei 1000 Feuer und muss sagen, jetzt merke ich so langsam, dass es sich richtig lohnt. Ja, also letztendlich kommen natürlich Aufträge rein, dadurch, dass ich immer mehr Unternehmer auch kennenlerne, dafür, dass ich Woche für Woche mich dort präsentiert habe, dass die Unternehmer wissen, wie sie mich empfehlen können, die wissen genau, wie ich arbeite, die allermeisten kennen auch mein Fotostudio, wir haben das hier schon alles mal kennengelernt, wo ich gerade hier auch die Aufnahmen mache und dadurch ergeben sich immer mehr Empfehlungen und Geschäftsmöglichkeiten. Und auch ich bin immer mehr in der Lage, andere Leute zu empfehlen, weil ich immer meine Ohren offen halte, wo ich jemanden aus meinem Team ins Gespräch bringen kann. Weil wir leben das Motto, wer gibt, gewinnt und wenn man selber genug gibt, bekommt man auch einiges zurück. Also für mich lohnt sich der BNI. Ich habe im BNI mich, denke ich, persönlich auch etwas entwickelt. Ich habe viel über das professionelle Netzwerken gelernt. Ich habe viele tolle Unternehmerkollegen kennengelernt und merke, wie jetzt so langsam das Gras wächst. Es wächst ja nicht schneller, wenn man am Gras zieht. Und daher musste ich wie andere auch geduldig sein. Aber ich habe mich auf jeden Fall bemüht, aktiv zu sein, persönlich immer vor Ort zu sein. Ich glaube, ich bin in dem einen Jahr nur ein einziges Mal vertreten worden, sonst war ich immer persönlich da. Und so konnte ich mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern eben halt die Beziehung aufbauen und umgekehrt war das genauso möglich. Und ich sehe einfach den Kreis von den Unternehmern jeden Mittwoch zum Frühstück um 7 Uhr als mein Vertriebsteam, was ich Woche für Woche besser ausbilden kann. So als wären es Vertriebsmitarbeiter in meiner eigenen Firma, die sich ja so in der Menge mit Sicherheit keiner leisten kann, so einfach. Es ist eine riesengroße Firma. Ja, und da sind also Dinge dabei, die man nicht in Euro ausrechnen kann. Ich fange jetzt auch nicht an, die Stunden zu zählen, die ich bei den Frühstücken, bei den Trainings und vielleicht in der BNI Online University dort abhalte. Ja, und ob das den Mitgliedsbeitrag aufwiegt und die ganzen Stunden oder nicht. Nein, nein. Also ich habe mich als Fotograf dort angemeldet, weil ich sehr gerne hier in der Region im Ruhrgebiet rund um Gelsenkirchen einfach mehr Geschäfte machen möchte. Natürlich fahre ich auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen zu den Firmen und fotografiere dort die Firmen oder mache auch Produktfotos oder 360 Grad Rundgänge. Ja, keine Frage. Das tue ich auch jetzt schon, aber ich möchte halt mehr in der Region an Geschäft machen und möchte einfach, dass das Geld hier auch in der Stadt oder in der Region bleibt. Und dafür bietet der BNI natürlich mit seinem Unternehmerkreis bei uns in der Gruppe sehr, sehr gute Möglichkeiten. Also letztendlich ist es so, dass ich natürlich durch meine Aktivität auch meinen Bekanntheitsgrad erweitere und demzufolge auch immer besser von anderen Unternehmern empfohlen werden kann. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, wenn man sich überlegt, ob der BNI jetzt was für einen ist, dass man sich überlegt, aktiv zu sein. Also Passivität, wenn sich einer nur da hinsetzt und sagt, ja, wo sind denn die Aufträge, wo sind denn die Aufträge hier, ja, also ich war schon ein paar Mal da und da kommt nichts, dann funktioniert das so nicht. Also man muss wirklich aktiv sein, man muss an den Training teilnehmen, damit man diesen Werkzeugkasten BNI optimal nutzen kann. Man hat einen Blumenstrauß an bunten Möglichkeiten, der sich dort bietet und ich bin beim Cross-Chaptern immer wieder überrascht. Also Cross-Chaptern heißt, dass man als BNI-Mitglied auch kostenlos andere Chapter überall in Deutschland oder auf der Welt besuchen kann. Und da lernt man natürlich auch wieder neue Leute kennen. Man kann die Visitenkarten wunderbar verteilen, ja, und man kann sich bei anderen Leuten ins Gespräch bringen. Man findet selber sehr spannende Kontakte, wo man dann vor dem Training oder vor dem Business-Frühstück sich mit den Leuten unterhalten kann und danach natürlich auch. Ja, und nicht selten ergeben sich dort auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Also es ist wirklich ein erprobtes Business-Netzwerk und im Gegensatz zu vielen anderen Business-Netzwerken, die ich kennengelernt habe, ist es viel konkreter, viel besser organisiert, viel durchstrukturierter und hat eben viele Erfolgsfaktoren und nicht Regeln. Manche sagen zu viele Regeln, ja, natürlich, der BNI ist nicht für jeden was. Man sollte niemanden überreden, man sollte niemanden irgendwie dahin zwingen oder wie auch immer. Geht ja sowieso nicht und würde auch gar keinen Sinn machen, weil die Leute, die überredet werden, die bleiben meist nicht lange. Also man sollte schon aus dem Inneren, ja, aus der intrinsischen Motivation heraus, sollte man dort zu dem, ja, Chapter-Treffen immer hingehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das nicht lange funktionieren. Also wenn man so richtig Bock hat auf den BNI, ich freue mich zum Beispiel jeden Mittwochmorgen drauf, die tollen Leute wieder kennenzulernen, mit denen Geschäfte zu machen, sich einfach mal kurz auszutauschen. Ja, es können sich auch Freundschaften entwickeln, auch wenn das nicht das primäre Ziel ist natürlich von dem BNI. Und das, da wächst was zusammen. Ich merke, dass da was zusammenwächst. Ja, und wenn man den BNI allerdings nach kurzer Zeit als Belastung empfindet und sagt, oh, muss ich schon wieder aufstehen, frühmorgens, Wecker, und ja, also dann bringt das, glaube ich, nichts. Also man sollte den BNI als Teil seines Unternehmerlebens einsortieren und auch sich darauf einrichten, dass die Mitarbeiter Bescheid wissen, ja, die Familie, Freunde und so weiter, dass man dort dahin geht. Und aus meiner Sicht, so lebe ich es zumindest, sollte man sich den BNI mit Haut und Haaren auf den BNI einlassen. So ist es, glaube ich, ganz gut gesagt. Sonst, wenn man es nur zur Hälfte macht, dann bekommt man halt nicht die Resultate, die man eben bekommen könnte. Es ist natürlich eine Herausforderung dabei. Uns Unternehmer eint ja alle, dass wir alle wenig Zeit haben. Ja, ich auch. Und ich überlege mir auch sehr genau, wo ich Zeit investiere. Und für mich persönlich ist die investierte Zeit in den BNI sehr wertvoll. Für mich als Unternehmer, für mich auch als Person. Also ich denke, dass ich mich als Person da auch mittlerweile etwas weiterentwickelt habe. Dass ich mich viel besser präsentieren kann als vorher. Dass ich jetzt auch vielleicht etwas fehlerfreier reden kann als vorher. Dass ich genau weiß, worauf es ankommt. Dass ich nicht in den Raum reinverkaufe, sondern dass ich eben mein Vertriebsteam Woche für Woche besser ausbilden kann. Und dass ich dann auch nicht auf die Uhr schaue, wie viele Minuten ich da jetzt noch habe. Sondern es ist einfach so, dass ich da auch viele Möglichkeiten habe. Und dass es viele Tools gibt. Tools wie die BNI University, BNI Connect. Naja, okay, das ist nicht so toll. Aber die BNI App zum Beispiel, die nutze ich sehr viel, um halt schnell eine Telefonnummer rauszusuchen. Mal eben kurz ein 1 zu 1 Gespräch einzutragen. Eine Umsatzmeldung zu machen. Und ich kann auch sehen, welche neuen Gäste oder Besucher bei dem nächsten Mittwoch voraussichtlich bei uns erscheinen werden. Ich kann mich also auch dort vorbereiten sozusagen. Und direkt auf die Leute zugehen. Und letztendlich sind wir ja alle irgendwie Besucherbetreuer auch in dem Team. Und ja, holen die Leute dann wirklich ab. Und was ich im BNI eben kennengelernt habe, ist, dass man eine ganz bestimmte Unternehmerpersönlichkeit dort trifft. Ganz wichtig. Also ich fand es total klasse, dass sich im BNI die Leute alle den Erfolg gönnen. Und nicht so eine Neidgesellschaft da ist, wo der eine dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnt. Sondern dass ich einfach sage, du hast ein tolles Geschäft gemacht für 30.000 Euro. Wow, klasse, Glückwunsch. Finde ich super. Und das ist also eine Netzwerkkultur, die ich also sehr zu schätzen gelernt habe. Auch als ich vor einigen Jahren den BNI zum ersten Mal kennengelernt habe. Also ich wurde immer sehr, sehr freundlich empfangen. Man hat sich um mich gekümmert. Und man hat mich nicht alleine im Regen dort stehen lassen, wie das auf anderen Netzwerktreffen ja oft der Fall ist. Sondern ich wurde immer abgeholt. Man hat mich als Fotograf mit anderen Leuten aus dem Medienbereich direkt in Verbindung gebracht, vorgestellt und so weiter. Und dann hat man direkt Shake Hands gemacht. Und dann kam man also immer schon ins Gespräch. Und man hat sich schon dazugehörig gefühlt, obwohl man noch gar nicht dazugehört hat vielleicht als Gast. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde dieses Unternehmernetzwerk BNI klasse. Ich werde weiter dabei bleiben. Und jetzt nach einem Jahr sehe ich wirklich für mich, dass so langsam die investierte Zeit auch in Form von Aufträgen und Umsatz zurückkommt. Und wie gesagt, was man sonst für Kontakte hat und die ganzen Handynummern von den Geschäftsführern, das ist ja unbezahlbar. Dass man überall auch irgendwo Prioritätskunde ist, wenn man selber mal ein Problem hat. Das ist eine Situation, die man sonst ja nicht so konzentriert in der Form hat. Natürlich ist man auch so vernetzt als Unternehmer. Natürlich kennt man einige Unternehmer und Geschäftsinhaber. Aber so professionell wie im BNI, finde ich, ist das nirgendwo anders. Also ich finde es klasse. Vielleicht habe ich euch ja mit dieser groben Einschätzung und Meinung etwas geholfen. Vielleicht könnt ihr euch ein noch besseres Bild über den BNI machen. Vielleicht ist das ja auch hilfreich bei so einer Entscheidung, die ja schon einen Umbruch bedeutet. Man muss sich dann ja auch von den Uhrzeiten und so weiter organisieren. Und ja, also ich habe festgestellt, dass die Leute, die wirklich Unternehmer im BNI sind, auch zu den besten Unternehmern gehören. Weil ja nicht jeder einfach so eintreten kann. Und weil es eben etwas kostet. Zeit und Geld. Und ja, von daher schätze ich sehr, dass ich mit lauter empfehlenswerten Unternehmern zu tun habe, aber die ich sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hätte und mir sonst aus den gelben Seiten hätte raussuchen müssen oder so. Und ich weiß eben, jeder hält für mich Augen und Ohren offen und versucht mich als Werbefotografen auch weiter zu empfehlen. Genauso wie ich das tue. Also ich finde den BNI klasse. Ich will nicht zu sehr hier rumlabern groß, weil man muss es einfach mal erlebt haben. Ja, und gerne zu einem Frühstück vorbeikommen. Und dann kann man sich selber ein Bild machen, ob das was für einen ist oder eben nicht. Also es ist schon speziell, aber es ist geil. Und ich werde weiter dabei bleiben und kann eigentlich jedem raten, sich das zumindest mal anzusehen. Weil etwas abzulehnen, was man noch gar nicht kennengelernt hat, ist immer ein bisschen schwierig. Mein Name ist Marco Wittmuch von Glamour Pixel Photo Design, Werbefotograf aus Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, Mitglied im Unternehmerteam 1000 Feuer. Vielleicht war das Video toll für euch. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Bis dahin. Danke. Tschüss.